Was passiert, wenn man Barbie und Ken alleine lässt? Wir werden die beiden jetzt einfach 24 Stunden in diesem Raum hier einsperren und sie dürfen tun und lassen, was sie wollen. Mal schauen, was die beiden treiben, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Bis jetzt findet Ken sein Handy spannender als Barbie. Geht doch, die beiden quatschen mal miteinander. Und sie haben hier übrigens einige Techtel-Mächtel-Möglichkeiten. Ich will es nur mal gesagt haben. Und wir werden von Wednesday angerufen. Wir haben gerade leider keine Zeit. Denn die erste Techtel-Mächtel-Möglichkeit wird ausprobiert. Sollen wir den Schwangerschaftstest machen? Wie sie Ken dabei ganz tief in die Augen schaut. Und sie ist tatsächlich schwanger. Mit Zwillingen? Ja, gratuliere euch beiden. Die Zwillinge bringen wir jetzt direkt auf die Welt. Barbie bekommt ein Baby. Was für ein Satz. Wir haben ein Mädchen, eins, zwei, drei. Annika. Und wir haben einen Jungen, eins, zwei, drei. Axel. Und damit lassen wir sie jetzt alleine.